Urdhva Trikonasana, wörtlich das obere Dreieck, ist die Bezeichnung für einige Variationen von Trikonasana, wo der Arm oben ist oder du nach oben schaust. Daniel zeigt ein paar der Variationen. Von der Stehhaltung ausgehend gibt die Beine 1,20 bis 1,50 Meter weit auseinander, lass den rechten Fuß dabei nach rechts zeigen und den linken Fuß nach rechts, gib die rechte Hand entweder an der Innenseite des Fußes auf den Boden oder den Fußrücken und strecke den linken Arm nach oben aus und schaue in die Verlängerung des Armes hoch zur Decke. Eine zweite Variation ist eine Drehübung, dort gibst du die linke Hand an die Innenseite des rechten Beines und hebst den rechten Arm nach oben und schaust in die Verlängerung des Armes nach oben. Das sind also zwei Variationen von Urdhva Trikonasana, der oberen Dreieckshaltung, der Stellung, wo ein Arm nach oben zeigt. Du kannst auch natürlich eine Hand hinter den Rücken geben und die andere Hand nach oben und so gibt es noch weitere Übungen, die als Urdhva Trikonasana bezeichnet werden, charakteristisch immer. Ein Arm oben und du schaust nach oben.